Liebe Zuschauer, willkommen zurück zu MeinBusiness, dem Wirtschaftstalk auf mein.tv. Und ich begrüße heute wieder Herrn Amberg, Fachanwalt für Familien- und Erbrecht. Herr Amberg, wir haben heute das Thema Unterhalt, die Befristung eines Unterhalts. Und wir haben vor der Werbung schon über die ehebedingten Nachteile gesprochen. Welche sind das denn? Genau, also nochmal zum Mitdenken, wenn ehebedingte Nachteile bestehen, kann ein Unterhaltsanspruch nicht zeitlich befristet werden. Das heißt, er wird dann in der Tat lebenslang gezahlt. Und bei den ehebedingten Nachteilen muss ich mir überlegen, was wäre aus der Frau geworden, wenn sie nicht geheiratet hätte, keine Kinder bekommen hätte. Bleiben wir wieder bei dem Beispielsfall mit Chefarzt und Krankenschwester. Wenn die Frau vor der Ehe, in der Ehe, nach der Ehe Krankenschwester war, dann hat die keinen ebedingten Nachteil, weil die wäre auch ohne Ehe Krankenschwester und würde das Einkommen erziehen, was sie aktuell verdient. Das heißt, da ist ein klassischer Fall, wo ein Unterhaltsanspruch zeitlich auslaufen kann, also irgendwann mal endet. Wenn jetzt allerdings die Krankenschwester nur deswegen Krankenschwester geworden ist, weil sie ihr Medizinstudium wegen der Ehe, wegen Kindererziehung abgebrochen hat und dann nach 15 Jahren verlassen dasteht, da muss ich mir die Frage wiederum stellen, was wäre denn aus der Mandantin in dem Fall geworden, weil das ist ein Fall aus meiner Praxis. Ja, die wäre auch Chefärztin geworden, klar. Also wenn die nicht geheiratet hätte, keine Kinder betreut hätte, wäre die auch Chefärztin geworden. Und da habe ich einen erheblichen ebedingten Nachteil mit der Konsequenz, dass dann auch dieser Unterhaltsanspruch lebenslang gezahlt werden muss. Allerdings wird er dann nicht mehr so berechnet, wie ich es eingangs gesagt habe, also Einkommen Mann plus Einkommen Frau geteilt durch zwei, sondern ich muss mir überlegen, was hätte die als Chefärztin verdient und muss davon das Einkommen abziehen, was sie tatsächlich hat. Und die Differenz ist dann der Unterhaltsanspruch. Also man spricht da auch vom Nachteilsausgleich. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn der Mann dann so auf die Schiene kommt, ja Schatz, du wolltest doch aber unbedingt drei Kinder haben, du wolltest doch gar keine Chefärztin werden. Was ist dann los? Ja, dann sind erst mal sehr viele Schriftsätze erforderlich, weil das exakt das typische Argument ist. Da hat aber der Gesetzgeber in der Rechtsprechung schon reagiert. Es kommt nicht darauf an, wer was wollte, sondern es kommt nur auf das tatsächliche Rollenverhalten in der Ehe drauf an. Weil, Sie können sich vorstellen, dieses Argument wird jeder Unterhaltsverpflichteter bringen. Der sagt, also an mir liegt es nicht, dass die Frau jetzt nicht Chefärztin geworden ist, sondern das war ihre ureigenste Idee. Das kann aber nicht als Argument zählen, sondern man schaut wirklich nur, wie war es in der Ehe, welches Rollenverständnis hat da geherrscht. Und wenn es in der Ehe so praktiziert worden ist, egal wer das wollte oder wer das nicht wollte, dann ist das für mich als Jurist das entscheidende Argument und das entscheidende Kriterium. Also, ich frage jetzt mal ganz vorsichtig so zum Schutz für den Mann. Wäre es dann von Vorteil, einen Ehevertrag zu machen mit einer Klausel, die das genau belegt? Ich verzichte hiermit quasi auf meinen Berufswunsch oder wie auch immer? Nein, das würde ja auch nichts bringen. Also, es kommt ja nicht darauf an, ob die Frau gesagt hat, ich will jetzt nicht Chefärztin werden, sondern nur Mutter werden, sondern es kommt darauf an, was wäre denn aus der Frau geworden, wenn sie nicht Mutter geworden wäre. Also, das heißt, das bringt nichts. Bloß Thema Ehevertrag ist ein wichtiges Thema. Früher war es so, dass wirklich immer der potenzielle Unterhaltsverpflichtete, sprich der Ehemann, gesagt hat, lasst uns einen Ehevertrag machen, weil ich will dann eine gewisse Regelung haben. Aufgrund dieser Frage der Befristung ist es durchaus jetzt auch für die Frau wichtig zu sagen, hallo, ich will einen Ehevertrag, weil ich will diese Frage, wie lange Unterhalt gezahlt werden muss, geklärt haben, unabhängig von der Rechtslage. Weil Sie können sich vorstellen, wenn man 20 Jahre verheiratet war, auch wenn die Frau vor 20 Jahren Verkäuferin war, es ist dann für eine 50-, 55-Jährige schwierig, wieder von heute auf morgen quasi in den Job reinzukommen. Und wenn da die ehelichen Familienverhältnisse auch sehr gut waren, ist es auch immer schwierig, wenn dann dieser Unterhaltsanspruch ausläuft. Deswegen muss man aber auch wissen, dass selbst wenn keine ehebedingten Nachteile bestehen, der Unterhaltsanspruch nicht sofort aufhört. Sondern ich habe immer eine Übergangsphase. Diese Übergangsphase soll wie immer im Familienrecht individuell festgestellt werden. Es hat sich aber so eine gewisse Tendenz herausgestellt, bei den Oberlandesgerichten zumindest, dass man als Übergangsphase ein Drittel bis ein Viertel der Ehedauer nimmt. Also wenn die Eheleute 20 Jahre verheiratet waren, circa fünf Jahre muss noch nach Restkraft der Ehescheidung der rechnerische Unterhaltsanspruch grundsätzlich gezahlt werden. Ehebedingte Nachteile, wer muss die denn beweisen? Also im Unterhaltsrecht ist es so, habe ich vorhin schon gesagt, dass grundsätzlich eigentlich der Unterhalt unbefristet gezahlt werden muss. Das heißt, der Mann muss entsprechend das auch beantragen, dass dieser Unterhaltsanspruch zeitlich befristet wird. Ich habe da so ein Regel-Ausnahme-Verhältnis praktisch. Bloß wenn der Mann sagt, es sind hier keine ehebedingten Nachteile vorhanden und es wäre unbillig, wenn ich Rest meines Lebensunterhalts zahlen muss, dann muss wiederum die Ehefrau sagen, nee, das ist überhaupt nicht unbillig, weil ich habe erhebliche ehebedingte Nachteile und muss substantiiert vortragen, worin die bestehen. Und da muss ich als Anwalt natürlich, egal ob ich den Mann oder die Frau vertrete, ja, mich wirklich sehr, sehr intensiv muss ich da vortragen. Wenn ich die Frau vertrete, muss ich zum Beispiel die Erwerbsbiografie darstellen. Beginnt teilweise schon bei der Schulbildung. Also ich kann nicht sagen, meine Mandantin wäre Chefärztin geworden, wenn sie einen Hauptschulabschluss hat. Das wäre nicht substantiiert. Also muss ich vortragen, welche Schulausbildung sie hat, welche Berufsausbildung sie hat und muss dann auch entsprechend vortragen, worin denn dieser ehebedingte Nachteil besteht. Ich habe mal einen Fall in meiner Kanzlei gehabt, der war ziemlich interessant, weil die Frau hat sich vom Mann getrennt, hat dann auch gesundheitliche Probleme gehabt, es waren zwei Kinder vorhanden, das heißt, nach der Trennung hat der Mann diese beiden Kinder betreut, hat aber trotzdem noch ein höheres Einkommen gehabt als die Frau. Dann hat der Mann gesagt, das kann ja nicht sein, wir waren jetzt zwar 15 Jahre verheiratet, aber ich will keinen Unterhalt mehr an dich zahlen, weil du hast keinen ehebedingten Nachteil. Wir konnten aber nachweisen, dass die Frau bei einer gewissen Firma hier in Aschaffenburg gearbeitet hat und konnten nachweisen, wenn sie bei dieser Firma geblieben wäre, weil den Job hat sie nämlich wegen der Kinderbetreuung aufgegeben, im Rahmen der Ehe, dass sie jetzt exakt 500 Euro mehr verdienen würde, als sie derzeit tatsächlich verdient. Das heißt, die Frau hat dann wirklich, nachdem sie wieder gesund geworden ist, angefangen zu arbeiten, hat als Sekretärin gearbeitet, hat aber auch mit Weihnachtsvergütung und Urlaubsvergütung usw. exakt 500 Euro weniger gehabt, als sie bei dieser Firma gehabt hätte. Und damit konnte ich den wirtschaftlichen Nachteil nachweisen. Das ging mir allerdings auch nur deswegen, weil ihre beste Freundin nach wie vor bei dieser Firma gearbeitet hat. Die hatten also beide da angefangen. So konnte ich relativ einfach sagen, die Freundin verdient das und wenn meine Mandantin auch da geblieben wäre, hätte sie auch das verdient. Dann hat entsprechend der Mann gesagt, naja, aber die Frau, die hätte das ja überhaupt nicht mehr geschafft. Die hatte vielleicht keine Lust mehr, da zu arbeiten oder sonst irgendwas. Und da hilft mir die Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof, weil der Bundesgerichtshof hat mal gesagt, bei diesen ganzen Spekulationen, die ich hier anstelle, dann wird es immer Unwägbarkeiten geben. Bloß diese Unwägbarkeiten gehen zum Lasten des Unterhaltsverpflichteten. Und da konnte ich relativ locker sagen, kann sein, muss aber nicht sein. Und Unwägbarkeiten gehen zu deinem Nachteil, lieber Ex-Ehemann. Deswegen musst du Rest deines Lebens, also bis zum Renteneintritt meistens zahlen. Und dieser Fall wurde vor vier Jahren entschieden. Und der muss immer noch zahlen. Es war nicht besonders erfreulich für den Mann, aber ich habe hier wirklich diese nacheheliche Solidarität. Solidarität, die endet ja nicht damit, dass ich mich trenne oder mich scheiden lasse. Ich habe da so zwei Seiten von der Medaille. Einerseits natürlich die Verpflichtung des Unterhaltsbedürftigen, seinen Bedarf, seine Bedürftigkeit so gering wie möglich zu halten. Deswegen auch die Verpflichtung, arbeiten zu gehen und diese ganzen Geschichten. Auf der anderen Seite habe ich die nacheheliche Solidarität. Und da muss ich zwischen diesen beiden Begriffen einfach abwägen. Und dieser Chefarztfall, der mit der Krankenschwester ein Jahr oder ein halbes Jahr verheiratet war, da ist es natürlich unbillig, wenn der Chefarzt Rest deines Lebens Unterhalts zahlen muss. Bei dem anderen Fall, den ich vorhin erwähnt habe, mit der Studentin, die eben ihren Mann im Studium kennengelernt hat, geheiratet hat, wirklich ihren Beruf erlernt hat, aber nie ausgeübt hat, wegen der Kinderbetreuung, wegen dem Rollenverständnis in der Ehe, da ist es natürlich ganz wichtig, dass hier diese Frau, die keine Chance mehr hat, ihren Beruf auszuüben, dass die auch nach wie vor wirtschaftlich und finanziell unterstützt wird von ihrem Ehemann. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, aber wir müssen ein kleines Päuschen machen, Herr Amberg. Wir sehen uns gleich wieder, liebe Zuschauer. Wir sehen uns gleich wieder, liebe Zuschauer.